Ich mache gerne Gebäude, die bigger than life sind. So you ask yourself, what are you imposing on to the city? Der Prototyp, der immer wiederholt und neu gebaut wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das Licht ist ganz wichtig. Das Licht ist eines der empfassenden Materialien der Erkenntnis. Untertitelung des ZDF, 2020